Hallo und herzlich willkommen bei Motorform. Ich habe vor einigen Monaten schon mal ein Video zur Armaturenrestaurierung gemacht. Das war allerdings ein Hochformat-Video. Das waren die Anfänge. Da ist ein bisschen was schief gelaufen. Außerdem gibt es immer mal wieder Anfragen, ob ich nicht noch mehr Details zeigen kann, ein bisschen näher rangehen kann, ein bisschen mehr noch mal dazu sagen kann. Das mache ich gerne. Das behandeln wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wie viele Mercedes Modelle der 70er und 80er Jahre hat auch der R107 und insbesondere der R107 das Problem, dass viele Armaturenbretter, insbesondere von Reimporten aus USA oder Japan, gerissen sind. Die sind aufgeplatzt. Die Sonne hat die Weichmacher aus dem Kunststoff, aus dem Vinyl gezogen und dann platzt es einfach auf wie so ein Brot, was man zu lange am Ofen gelassen hat. Dann gibt es verschiedene Methoden, wie man das reparieren kann. Früher gab es eigentlich nur einen Weg. Man ist zum Sattler gegangen, der hat es ausgebaut, hat das Ganze mit Leder bezogen, musste dann aber Nähte an bestimmte Stellen setzen, damit er die Form nacharmen konnte. Und so sah das immer so ein bisschen, ich würde es jetzt mal überspitzt formulieren, ohne den Sattlern zu nahe treten zu wollen, aber sah mal so ein bisschen aus wie Frankensteins Kreatur, weil einfach überall Nähte wie Narben über auf dem Armaturenbrett zu sehen waren. Es gab natürlich durchaus in den 70er, 80er Jahren Menschen, die sich an ihrem noch aktuellen und neuen SL einen Armaturenbrett mit Leder beziehen ließen und diese Nähte sehr schätzten, weil es ja irgendwo ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man Echtleder auf dem Armaturenbrett hat. Denn der SL hat ja von Hause aus Leder nur an den Sitzen, aber Türverkleidung und Armaturenbrett sind immer Vinylleder, also Kunstleder gewesen, bei Mercedes auch MB-Tex genannt. Deswegen gab es durchaus Menschen, die sich das mit Leder beziehen ließen, übrigens auch die Türverkleidung und damit den Wagen eben aufwerteten. Seitdem die Baureihe 107 aber den Oldtimer-Status hat, ist im Allgemeinen so, dass die Kunden lieber es so original wie möglich haben möchten. Ich gehöre im Übrigen auch dazu. Das heißt aber, dass man diese Nähte natürlich nicht haben will, weil heutzutage natürlich jeder Betrachter sofort glaubt, da sind Schäden drunter und meistens stimmt es ja dann auch. So, wenn man also sagt, der Gang zum Sattler, den will ich nicht machen, weil ich diese Nähte nicht haben will, was hat man dann für Möglichkeiten? Dann bleiben immer noch im Prinzip drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man sucht ein gutes gebrauchtes Armaturenbrett. Dürfte aber sehr schwierig sein, eins zu finden, weil erstens die Armaturenbretter natürlich alle früher oder später reisen. Also man stellt sich vor, man baut jetzt ein gebrauchtes Armaturenbrett ein, was noch gut ist, zwei Saisons in der Sonne und dann platzt es auf, dann hat man auch nicht viel geschafft. Oder aber man findet erst gar keins und auch schon gar nicht zu einem adäquaten Preis, weil einfach so viele Autos aus dem Ausland, insbesondere USA, importiert wurden und so viele Autos ein Problem damit haben, dass der Markt natürlich leergefegt ist. Originale, perfekte, gebrauchte Armaturenbretter für die Baurei 107 sind unglaublich schwer zu finden. Das ist halt so, als wenn man jetzt einen originalen Kilometer-Tacho für den 560er sucht. Das ist sehr schwer zu finden, also muss man umbauen. Und so ähnlich ist es eigentlich beim Armaturenbrett auch. Bleiben noch zwei Möglichkeiten. Jetzt ist die einfachste und günstigste Möglichkeit, ein Armaturenbrett-Cover zu nehmen, so wie hier drauf ist, auf dem unteren Armaturenbrett. Das ist im Prinzip eine gute Lösung. Der ist schnell, das hat eigentlich für den geringen Aufwand eine super Optik und man kann das selber machen. Der wichtigste Punkt ist, es ist günstig. Und zwar nicht nur, weil so ein Armaturenbrett-Cover in schwarz zum Beispiel nur 130, 140 Euro kostet, sondern auch, weil man eben das Armaturenbrett nicht rausbauen muss. Das bleibt alles drin. Darum geht es jetzt aber in diesem Video nicht. Das ist eine gute Lösung, bieten wir auch an. In die Videobeschreibung kommt natürlich ein Link zu einem Armaturenbrett-Cover, aber auch ein Link zu der Armaturenbrett-Restaurierung. Diese Methode des Armaturenbrett-Covers ist aber eher was für Fahrzeuge im Zustand 3, sage ich mal, so Daily Driver, wie man heute neudeutsch immer gerne sagt, die also oft benutzt werden, die Lackmängel haben, die Innerstattungsmängel haben, wo man sagt, ich finde die Form halt schön, ich mag das Fahrgefühl von diesem alten Cabrio, aber der muss jetzt nicht einen Top-Zustand haben. Dann tut es mir auch nicht leid, wenn der Wagen mal nass wird oder ich wirklich eben mal mit der Stoßstange leicht irgendwo gegen eine Garagenwand oder so komme. Ist nicht so wichtig, Hauptsache der Wagen fährt. Das technische und ordnung optisch muss jetzt kein Zustand 1 oder 2 sein. Für diese Menschen, zu denen ich übrigens auch mal gehörte, mit meinem silbernen, haben wir in einem anderen Video schon drüber gesprochen, für diejenigen ist so ein Cover eigentlich ideal. Gibt aber auch die Kategorie SL-Besitzer und Fahrer, die sagen, nee, nee, ich benutze so ein Fahrzeug nur 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr bei schönem Wetter mit meiner Frau oder meinem Partner, wie auch immer und mach schöne Ausfahrten und der Wagen soll schon top sein. Muss vielleicht nicht Zustand 1 sein, wenn es den überhaupt gibt, da scheinen sich ja auch die Geister, aber er sollte wenigstens Zustand 2 haben. Und denen genügt dann eben ein Armaturenbrett-Cover aus Hartkunststoff, den man eben auch fühlt und der ist immer einfach noch draufgesetzt. Man sieht es auch an den Lüftungsdüsen immer so ein bisschen, so fair muss man sein. Es ist ein super Produkt, aber es ist eben keine Restaurierung. Für diese Menschen gibt es eben die Möglichkeit, das vorhandene Armaturenbrett mit einem neuen Vinyl zu beziehen. Der Schaum bleibt derselbe und das alte Vinyl bleibt auch darunter aus Stabilitätsgründen. Wenn man das alte Vinyl runterreißen würde, müsste man den gesamten Schaum entfernen, müsste bis auf Stahlgerippe es runterziehen, vermutlich mit Strahlung und dann müsste man es komplett neu aufschrauben. Dazu braucht man aber die Originalform. Das gibt es noch. Es gibt auch eine Firma, die sowas anbietet, kostet dann aber deutlich mehr, als das alte Vinyl in der originalen Form einfach drauf zu lassen, die Risse zu stabilisieren, in Form zu schneiden oder zu pressen. Und dann kommt ein neues Vinyl in einem authentischen, in einer authentischen Narbung. Das ist natürlich ganz wichtig, weil, wie alle wissen, die Narbung des Armaturenbretts hat sich 1979 geändert. Es gab vorher eine Narbung, die eher so rundlich war. Und 79 kam dann diese, 79, 80 kam diese langgezogene Narbung, die eben einfach eine modernere Struktur darstellt und die so ein bisschen mehr nach Kunstleder aussieht. Und da ist natürlich wichtig, dass die korrekte Narbung wieder raufkommt, weil sonst wirkt es auch nicht authentisch und kostet ja auch nicht wenig Geld. Dazu kommen wir später noch. Und da möchte man das schon so korrekt wie möglich haben, eben wirklich authentisch. Gibt es aber, gibt beide Narbungstypen, ist kein Problem. Es wird auch darauf geachtet, dass die richtige Narbung auf die richtige Armaturenbretts kommt. Und dann wird das eben direkt raufgezogen, in alle Ritzen gezogen. Ich kann den Produktionsprozess leider nicht zeigen, weil wir das nicht bei uns im Haus machen. Das machen wir mit einem Partnerunternehmen. Ich kann aber den Vorjahr-Nach-Effekt zeigen und ich kann eben auch die Details und Nahaufnahmen zeigen. Das war ja das, was gewünscht wurde. Ich kann das Endergebnis wirklich zeigen und eben auch beschreiben. Und die Vorteile gegenüber einem Kunststoff Armaturenbrettcover aufzeigen. Und dann kann halt jeder entscheiden, ist es mir das wert oder ist es mir nicht wert? Stellt mein Auto nicht so eine Kategorie Fahrzeug dar, dann ist die Coverversion vielleicht die bessere Lösung. Bei dem Vinyl ist es ist ein sehr dünnes Vinyl. Es trägt also nicht so stark auf wie das Armaturenbrettcovers Kunststoff. Die Haptik bleibt erhalten. Es ändert sich nichts. Es sieht aus wie ein originales Armaturenbrett. Es ist immer noch das originale Armaturenbrett. Es sieht aus wie ein perfekt erhaltenes Armaturenbrett und es sieht nicht restauriert aus. Und das ist eben der große Unterschied zu dieser Sattler-Methode. Es ist eins zu eins vom Look her, als wäre es nie restauriert worden und als wäre es einfach wie von Zauberhand perfekt erhalten. Das ist jetzt hier die zweifarbige Variante. Hier ist mit Absicht der untere Teil nicht restauriert worden, sondern nur gereinigt worden. Warum macht man das? Man könnte unten das auch mit einem neuen Vinyl beziehen, mit Grau. Das wäre gar kein Problem. Im Übrigen hat auch Mercedes das damals mit einem Vinyl überzogen bei den zweifarbigen. Man sieht das hier an der Kante. Das Grau, das ist noch das von schätzungsweise 1986 bis 1989. Weil das ist eindeutig ein 560er Armaturenbrett. Man sieht es hier an dem Ausschnitt. Das ist der Ausschnitt für den Knieschutz. Den hat nur der US 560 SL gehabt. Der Kanadier glaube ich auch. Und daran sieht man also, dass das Armaturenbrett ein Baujahr haben muss von 1985 bis 1989. Und da hat Mercedes auch bei den Zweifarben, da haben sie viel mit Zweifarben gearbeitet, hat man hier eben dieses Armaturenbrett erst in einer Farbe hergestellt und hat die zweite Farbe mit einem Vinyl draufgezogen. Auch Mercedes hat das gemacht. Insofern ist das eigentlich eine Methode mit dem neuen Vinyl, die schon wieder fast authentisch ist, wenn man so will. Warum aber bezieht man jetzt den unteren Teil nicht unbedingt? Das macht man eigentlich nur, wenn der stark beschädigt ist, wenn der Risse hat, weil man darf nicht vergessen, dass ja jetzt hier anschließend die Mittelkonsole rankommt. Und gerade bei hellen Materialien, wie hellgrau, Creme, Dattel, diese Farben, die verändern sich durch die UV-Strahlung im Laufe der Jahrzehnte. Und man sieht das oft bei Fahrzeugen, die Türverkleidung ist ein bisschen so, die Sitze sind wieder ein bisschen anders, die Unterseite des Armaturenbretts wieder ein bisschen anders und das Zusammenspiel der Farben ist nicht mehr perfekt, weil einfach die UV-Strahlung unterschiedlich stark auf die einzelnen Bauteile wirkte. Und wenn ich jetzt hier ein nagelneues Grau in dem korrekten Grau mache und die Mittelkonsole ist aber noch mit 40, 50 Jahre Alterung versehen, dann ist hier der Bruch zu groß. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, wenn es noch einigermaßen erhalten ist, auch wenn es ein bisschen Verfärbung hat, es lieber unten original zu lassen. Es gibt auch Kunden, die sagen, ne, ne, ihr macht dann beides, ne, ihr macht die Mittelkonsole, kann man auch neu beziehen und auch den unteren Teil, so sieht das wieder wirklich wie Laden neu aus. Ja, kann man machen. Da haben wir aber nicht vergessen, dass unter Umständen die Sitze dann immer noch die alten sind und die Türverkleidung. Ja, also dann muss man achten, dass man nicht irgendwann mal so einen Domino-Effekt hat, dass man irgendwann mal alles machen muss, weil sonst immer irgendein Teil einem negativ aufstößt, weil das noch eben Alterungserscheinungen zeigt. Wenn man das also hier so macht, wie ich es empfehle, Unterteil so lassen, Oberteil, wo die Risse sind, neu beziehen, dann brauchen wir die Lautsprecherblenden und die, kannst du mal holen, die Blende für den Handschifffachdeckel nicht. Das ist jetzt hier Brasil-Braun, ist ja egal, die Blende sitzt ja hier. Es ist, hatte ich in einem anderen Video auch erklärt, wie man das auseinanderbaut, weil das hier immer ein bisschen tricky ist mit diesen speziellen Muttern, mit den zwei Riefen, da kann man sich ein Spezialwerkzeug bauen. Einfach mal in den Motorform-Videos raussuchen, Handschifffachdeckel auseinandernehmen, da wird das gezeigt. Dann, wenn man also unten restauriert, brauchen wir diese Blende und die beiden Lautsprecherblenden und zwar vom Handschifffachdeckel halt nur die Blende, nicht den ganzen Handschifffachdeckel. Den müssen wir auseinandernehmen. Es kostet aber Zeit und wenn wir wenig zu tun haben, dann mache ich das mal, dann setze ich mich da ran eine Stunde und baue das auseinander. Wenn wir viel zu tun haben, bedeutet das aber, dass das eben Zeit ist, die eigentlich berechnen müsste, die aber den ganzen Prozess einfach nach hinten raus zögert, weil ich nicht immer Zeit habe, denn noch Sachen vom Armaturenbrett abzubauen oder einen Mitarbeiter. Das heißt, dann kann es sein, dass da zwei Wochen, drei Wochen ein Armaturenbrett erstmal noch bei uns liegt, bevor ich zu unserem Partner schicken kann, der dann überhaupt mit der eigentlichen Restaurierung beginnt. Also es empfiehlt sich wirklich alles abzubauen am Armaturenbrett, was dort abbaubar ist. Dazu gehören Lüftungsdüsen, die Holzblenden, die Trichter, kann ich auch mal zeigen, hier. Diese Defrosterdüsentrichter, die hier hinten sitzen, das sind einfach nur Metallzungen, die müssen aufgebogen werden, muss dann nach unten runter gezogen werden, dann sind die weg. Denn da gibt es noch einen anderen Effekt. Wenn wir hier Sachen abbauen und wir kriegen manchmal mehrere Armaturenbrett am Tag, dann kann das passieren, dass wir Sachen vielleicht verlieren. Es ist noch nicht passiert, aber es kann passieren. Und das wäre halt schade. Und besser, der Kunde macht das bei sich zu Hause und baut die Sachen ab und dann packt er die alle in den Karton und dann sind sie da. Und wir bekommen das nackte Armaturenbrett, spart Zeit, spart Geld, spart mögliche Verluste. Wollen wir nicht. So sieht das dann aus, wenn wir hier die Sachen selber abbauen mussten, dann müssen wir so einen Beutel machen und naja, das wollen wir eigentlich nicht. Das kommt also nackt, im besten Fall nackt zu uns. Und wenn hier nur der Oberteil restauriert werden soll, wie es in 95 Prozent der Fälle noch ist, dann kann auch der Deckel, da muss ja nicht auseinandergebaut werden. Einfach nur die Scharniere abschrauben, die Halter hier rausnehmen, abschrauben und dann beiseite legen, Lautsprecher blenden. Das braucht man dann alles nicht. Dieses Armaturenbrett, dieses restaurierte Armaturenbrett bekommt auch einen neuen Stoffkeder. Das ist also der Übergang von Armaturenbrett zur Windschutzscheibe. Man sieht das immer. Ich habe schon ab und an Kunden gehabt. Nein, ich will da überhaupt nicht drüber lachen, denn kann sich nicht jeder perfekt auskennen. Das ist auch normal. Die sagten, sie möchten dann den grauen Keder ersetzt haben. Und ich muss dann mal sagen, naja, grau ist ja jetzt bei Ihnen, aber er ist nicht originalgrau. Er ist einfach ausgeblichen. Er sieht hellgrau aus, ist aber im Original nicht. Im Original war es schwarz, weil es da halt dunkel wird und der Übergang soll nicht groß auffallen. Deswegen bekommen die Armaturenbretter alle wieder einen neuen schwarzen Stoffkeder. Und in 30, 40 Jahren wird der dann vielleicht wieder hellgrau sein. Aber das wird uns nicht weiter interessieren. Mich jedenfalls nicht. 40 Jahre werde ich wahrscheinlich nicht erleben. Der Aus- und Einbau, der ist natürlich nicht ganz trivial. Ich muss das auch oftmals Kunden sagen, wir machen das vor Ort nicht, weil wir einfach keine angeschlossene Werkstatt haben. Dazu habe ich auch kein Fachpersonal da. Das sollte eben einfach in der Werkstatt gemacht werden. Die meisten Kunden machen sowas gerne zum Herbst hin, im Oktober, November, auch gerne Dezember. Das hat zwei große Vorteile. Erstens, die haben dann Zeit. Das eilt nicht so. Das ist nicht so dringend, dass der Wagen wieder auf die Straße kommt. Und die Werkstätten haben da, jedenfalls die, die so auf Oldtimer spezialisiert sind, dann auch nicht ganz den Druck. Weil ich merke es jetzt gerade, März, April, Mai, da sind die Kunden sehr ungeduldig. Die Werkstätten kriegen viele Anfragen, weil die Kunden merken nach der Einwinterung, oh, da funktioniert ja was nicht, noch schnell in die Werkstatt geben. Oder aber, was man leider auch immer häufig hat, jedenfalls bekomme ich das von Werkstätten berichtet, dass die Kunden eben Dinge auch gerne aufschieben. Und dann ist das Winterhalbjahr rum oder die Wintersaison rum und dann, ach Mensch, wir haben ja irgendwie in meiner Ausfahrt, dann sollte ich mal langsam einen Werkstatttermin machen. Und dann gibt es keine mehr. Das ist ärgerlich. Deswegen so eine Sachen vielleicht, wenn es eben um so eine Restaurierung geht, gerne schon im Oktober, November, wenn die Saison vorbei ist, das Auto in die Werkstatt geben, dann wird das ausgebaut, die Dinger abgebaut, alle. Dann werden die Armaturenbretter zu uns geschickt, wir restaurieren sie, der Kunde bekommt es dann zurück und dann ist noch Zeit, dass die Werkstatt das einbaut. Wenn wir die Armaturenbretter erst im Januar, Februar bekommen, wird das manchmal eng. Jetzt kann man vielleicht sagen, warum wird es eng? April-Saisonbeginn ist noch lange hin. Nein, zwei bis drei Monate ist nicht lang. Denn wir kriegen wirklich viele Armaturenbretter und unser Kooperationspartner, der die Restaurierung macht, macht nicht nur unsere Armaturenbretter. Und bei so vielen gibt es es nicht, die sowas machen können. Das heißt, die Auftragslage ist leider sehr gut. Und deswegen gibt es eine lange Warteschlange. Das verzögert einfach. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie lange der eigentliche Prozess dauert. Aber selbst wenn der ganze eigentliche Prozess nur einen Tag dauert, kann das locker drei Monate dauern, bis das an der Reihe ist. Und deswegen, je früher wir die Armaturenbretter bekommen, desto besser für uns und desto besser auch für den Kunden. Dann können wir einfach besser planen und der Wagen wird dann auch zum Saisonstart wirklich fertig. Da hängt ja viel dran. Um die Armaturenbretter auszubauen, muss die Mittelkonsole raus. Und da müssen natürlich die Instrumententräger raus. Dann sagt man, wenn man den Instrumententräger raus hat, dann macht man schon mal den Instrumententräger, nimmt man auseinander, macht den komplett sauber, macht vielleicht komplett prophylaktisch neue Birnchen rein und so weiter. Wenn man das schon mal hat, man kann manche Kunden restaurieren, dann nehmen auch hier Holz gleichzeitig, wenn man das schon mal hat, weil gerade diese Streifen hier, die lassen sich wirklich besser restaurieren, wenn man das Armaturenbretter raus hat, weil das von hinten verschraubt wird. Und diese Verschraubung, die hält auch gleichzeitig hier die Regelung für den Lüftungsschieber. Das ist sehr fummelig, wenn es eingebaut ist. Es geht, aber es ist fummelig. Deswegen, das wäre eine super Gelegenheit. Also gibt es eine ganze Reihe von Restaurierungen, die da vielleicht mit verbunden sind. Das bedeutet aber eben auch mehr Arbeit für die Werkstatt. Deswegen muss man solche Termine, empfehle ich, möglichst zeitnah und langfristig planen. Und das am besten eben für den Zeitraum, wo man das Auto eh nicht nutzen will. In allen Ecken und Kanten ist das Vinyl wirklich sehr gut hineingezogen. Es gibt kaum Probleme. Also eigentlich habe ich nur einmal bei schätzungsweise über 100 Armaturenbrettern erlebt, dass der Kunde gesagt hat, ich kriege die Lüftungsdüse nicht mehr so gut rein. Passiert eigentlich nicht. Hat auch manchmal damit zu tun, dass die Armaturenbrette einfach auch verformt. Das ist nicht immer das Vinyl, das trägt ja minimal nur auf, sondern Armaturenbretter verformen sich eben auch ein bisschen. Auch hinten an dieser Kante, die man kennt, da ist es auch wirklich scharfkantig. Das ist halt nicht so wishy-washy, sondern es ist wirklich, die Formen sind wirklich, wie man auch heute neudeutsch sagt, sharp. Scharf. Die sind wirklich wie mit der Klinge gezogen, so wie das originale Armaturenbrett eben auch ist. Es ist wirklich, es armt die Konturen perfekt nach, weil es eben wirklich ganz akkurat und eng aufgezogen ist. Auch am Instrumentenhügel geht es wirklich tief genug rein. Man sieht wirklich keinerlei Übergänge. Und wenn das eingebaut ist, dann hat der Betrachter wirklich den Eindruck, brauche ich toller halten. Es kann oder es wird am Anfang ein wenig matter wirken. Jetzt hatte ich selbst den Eindruck, naja, das ist nicht ganz original. Schade, dass das Vinyl ein bisschen zu matt ist. Naja, doch, das ist original. Ich war vor vielen Jahren wieder mal, wie jedes Jahr, in Essen auf der Techno-Klassiker und traf zwei Besitzer von zwei Fahrzeugen mit sehr, sehr wenig Kilometern. Einmal einen 300 SL aus den späten 80er Jahren mit original 800 Kilometer. Wahnsinn, dass es sowas gibt. Also ein wirkliches Museumsstück. Und jemand mit einem 560 SL, mit deutlich mehr, aber immer noch unglaublich wenig Kilometer, nämlich 16.000 Meilen. Also beides wirklich sehr jungfräuliche Autos. In langen Gesprächen, die beiden wussten gar nicht, worum es geht, wurde mir versichert, beide Autos waren absolut unrestauriert. Toll. Dass es so eine Zeitkapsel gibt, finde ich super. Da war aber eins besonders interessant für mich. Und zwar natürlich die Oberflächen der Armaturenbretter. Und die waren nicht so speckig glänzend, so seidenglänzend, wie heute unsere Armaturenbretter sind, sondern die waren etwas stumpfer und im Matt. So wie wenn es bei uns aus der Restaurierung kommt. Dann dachte ich mir, okay, dieser Speckglanz, der war also nicht da, als die Erstbesitzer ihre Fahrzeuge in den 70er, 80er Jahren aus Sindelfingen bekommen haben. Das ist eben wirklich im Laufe der Jahre durch so Cockpit-Spray oder andere Kunststoffpflegemittel, durch Polieren und so weiter, passiert das eben. Das ist schon, dieser Glanz ist eigentlich, kann man schon fast Patina nennen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das eben live erlebt habe, dass das Armaturenbretter eben, wenn es neu ist, tatsächlich etwas matter ist, war ich dann auch zufrieden und war davon noch mehr überzeugt, dass diese Restaurierungsmethode sehr, sehr authentisch ist. Was kann man noch dazu sagen? Im Prinzip habe ich jetzt schon alles gesagt, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, weil das Armaturenbrett wird sonst nicht verändert. Es passt also perfekt wieder ins Auto. Denn das habe ich auch schon erlebt, dass wenn ein anderes, ein fremdes Armaturenbrett eingebaut wurde, dass es nicht ganz so gut saß wie das Originale, was man ausgebaut hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das sind ja nicht wie die 111er Cabrios und die 111er Coupés aus den 60er Jahren, sind das ja keine Fahrzeuge, die von Hand zusammengebaut werden. Das war ja schon eine gewisse Fließbandarbeit. Dafür sind ja 200.000 gebaut worden. Hätte man sonst gar nicht schaffen können. Und trotzdem scheint es gewisse Fertigungstoleranzen durchaus gegeben zu haben in den 70er, 80er Jahren. Und dann gibt es bei den Übergängen von Armaturenbrett zu Mittelkonsole oder oben Richtung Windschutzscheibe, wenn man es wieder anschraubt, da sind im Größen und Ganzen ja eigentlich fünf Bolzen, dann gibt es da kleine Toleranzen. Das sitzt dann nicht so wie das originale Armaturenbrett. Deswegen bin ich eben auch ein Freund davon, dass die Kunden uns ihr Armaturenbrett schicken, wir restaurieren es und die Kunden kriegen exakt ihr Armaturenbrett zurück und nicht im Austausch. Im Austausch ist das natürlich ein wahnsinniger Vorteil von Zeit. Verstehe ich. Aber erstens kann man im Austausch niemals alle Farben da haben. Das heißt, man müsste dann erst anfangen, eben unten grau zu lackieren, weil das Armaturenbrett im Original vielleicht Dattel war oder andersrum. Und dann ist es eben nicht mehr das tatsächliche Armaturenbrett, was im Auto war. Und ich finde das irgendwie schön zu wissen, dass man das Armaturenbrett drin hat, was jetzt zum Beispiel 1989 ausgeliefert wurde in dem Auto. Man hat natürlich an anderen Stellen schon Neuteile drin, wie Dichtung und so weiter. Da geht es nicht anders. Aber bei so einem großen Bauteil wie dem Armaturenbrett finde ich das eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich würde mich über Kommentare sehr, sehr freuen. Ich würde die Meinung meiner Zuseher gerne hören oder lesen vielmehr, ob diese Reparaturmethode überhaupt in Frage kommt. Also eigentlich weiß ich das, weil wir sehr, sehr starken Zulauf haben und eigentlich immer das Problem haben, dass wir uns beeilen müssen mit den Restaurierungen, weil wir immer weiter Armaturenbretter kriegen. Also der Zuspruch für diese Methode ist sehr, sehr groß. Gar keine Frage. Aber ich würde mich trotzdem von den YouTube-Zusehern über Kommentare freuen und auch über Fragen natürlich. Wenn ich irgendwas vergessen habe, hier das Armaturenbrett, diese Reparaturmethode noch besser zu beschreiben, dann bitte einfach in den Kommentar schreiben oder auch gerne nochmal nach Details fragen. Ich versuche hier in diesem Video natürlich immer, Detailaufnahmen einzublenden zwischendurch. Erstens muss man dann nicht mich die ganze Zeit ansehen und zweitens sieht man dann gleichzeitig die Details und auch die Unterschiede zu der anderen Methode mit dem Armaturenbrett Cover, auch wenn das auf Bildern natürlich nie so perfekt darstellbar ist wie in echt, weil eben einfach auch die Haptik eine andere ist. Und die Haptik ist ein nicht zu unterschätzendes Kriterium. Es ist nicht immer nur das Reingucken, wie sieht es im Auto aus, sondern es ist eben auch das Anfassen. Deswegen finde ich das schon wichtig. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass da Interesse besteht und die Anfrage kam, das nochmal genauer zu zeigen. Das habe ich hiermit getan. Ich hoffe, es war was Interessantes für alle dabei. Ich freue mich auf ein nächstes Video und wünsche wie immer viel Spaß mit schönen Fahrzeugen. Bis zum nächsten Mal. Fast hätte ich eines der wichtigsten Informationen vergessen. Das ist ja peinlich. Der Preis. Was kostet die ganze Sache? Es ist nicht billig, zugegeben. Aber es lohnt sich. Wenn das drin ist, hat man wirklich sehr lange viel Freude. Die Investition ist irgendwann vergessen, aber der Blick über das Amanturenbrett, was wie neu aussieht, der bleibt einfach. Viele Saisons, solange wie man den Wagen besitzt. Das ist Fakt. Das Ganze kostet 980 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand, ist erst zu entrichten, wenn das Amaturenbrett fertig restauriert ist. Das heißt, wir bekommen das Amaturenbrett, wir schicken es in die Restauration, es kommt zurück, dann erbitten wir die Zahlung und dann kommt innerhalb von zwei, drei Tagen das fertige Amaturenbrett zum Kunden. Dasği euer Q-A-Landbrett zum Kunden. Wir sollen's leften bis zum Kunden. Vielen Dank.